So, heute ist Tag der Nettigkeiten und das ist Grund genug für mich ein bisschen nett zu sein. Hi Markus, grüß dich. Hallo, warte mal. Die Susi. Ich wollte nur nett sein, gell? Danke. So, gehen wir mal weiter. Die Darin, hallo. Hallo. Servus. Ciao. Ciao. So, da haben wir jetzt gleich wieder zum Nettsein. Hi. Dio, den tollen Dio. Alles Gute, gell? Danke. Ich wollte noch mal nett sein. Hi. Hey. Ich wollte noch nett sein, gell? Danke. Gemeinsam. Tschau. Da kriegen wir auch die Kollen von den Nachrichten. Was sehe ich? Ist ja lustig. Ja, schön. Ist aber zufrieden. Ja. Passt. Oliver Lemmerer. Oliver Lemmerer. Lass dich drücken. Es ist heute Nettigkeitstag. Was? Nettigkeitstag? Ja. Ich bin immer nett. Nein, es geht darum, dass ich nett zu dir bin. Ja, das ist es. Jetzt sind es sehr nett. Ich bin. Er ist total nett. So ist es auch ernst. Er ist wirklich total nett. Ja. Ist auch wirklich der Netteste. Du kannst uns ein bisschen erzählen, wie hilfsbereit ich bin immer. Er ist extrem hilfsbereit. Immer. Schlau. Er ist. Man soll nicht lügen. Er ist schlau. Sehr schlau. Hilfsbereit. Liebesbereit? Hilfsbereit. Hilfsbereit ist er. Hilfsbereit. Schlau. Jetzt muss ich dir wieder danken. Er ist schlau. Schlau. Okay. Entschuldigung, wir haben doch gerade wieder geflogen. Keine Aufstelle. Jetzt gehen wir mal zum Chef ein. Magst du mal kurz aufstehen? Ja, für die Kontrolle. Danke. Geht mal so. Der Chef? Nein. Ist es nicht. Aber du willst doch nicht. Das ist nett.